US-Justizminister Jeff Sessions ist von seinem Amt zurückgetreten. Er tue dies auf Bitten von Präsident Donald Trump, schrieb Sessions in einem Brief. Trump hatte ihn immer wieder kritisiert, da sich Sessions wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu möglichen Russland-Kontakten während des Wahlkampfes heraushielt. Der Präsident hatte ihn gedrängt, die Untersuchungen einstellen zu lassen. Wer Sessions Nachfolger wird, ist noch unbekannt. Kommissarisch wird Matthew Whitaker, der Stabschef des Justizministeriums, das Amt ausüben.